Musik Willkommen in Kaufbeuren im Allgäu. Wir sind hier in einer Stadt mit etwa 45.000 Einwohnern, die eingebettet ist in die wunderschöne Allgäuer Landschaft. Musik Das Tenzelfest ist ein jahrhundertealtes Fest und die Kaufbeurer feiern das mit großer Inbrunst, Jahr für Jahr. Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt, das steht im Zentrum. Also da taucht man definitiv ins Mittelalter ein. Neben der alten Reichsstadt hier mit 900-jähriger Geschichte ist vor 70 Jahren der Stadtteil Neugablons neu entstanden. Dort haben sich Heimatvertriebene angesiedelt und ihre großartige Glas- und Schmuckproduktion wieder aufgenommen und zu einer absoluten Blüte gebracht. Die Stadt bietet ganz hervorragende Voraussetzungen, um hier zu leben. Nicht umsonst wirkt Kaufbeuren damit Familienziel zu sein. Familienziel heißt für uns, dass wir wirklich für alle Altersgruppen tolle Angebote unterbreiten. Musik In 30 Minuten sind wir wirklich im alpinen Bereich und vergessen Alltagssorgen und Trubel und können in eine wunderschöne Natur eintauchen. Die Menschen, die berufstätig sind, für die gibt es tolle Perspektiven in Kaufbeuren, im Technologiebereich, im handwerklichen Bereich. Und deswegen ist Kaufbeuren ein toller Ort, um hier zu leben und auch zu arbeiten. Und auch Sie möchte ich ganz herzlich einladen, Kaufbeuren bei Gelegenheit gerne mal wieder zu besuchen. Musik 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 Musik